Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 3. Heute spiele ich Call of Duty Modern Warfare 3 mit einem PS1 Freund. Schwetschke 90 ist heute da. Village ganz klar, ich nehme heute die ATR 6.8, die USP 45 Taktik, Aufklärung, Schnellziehen Pro und Meisterschütze, Splitter und Blendgranate. Und nicht wundern, wenn gleich mein Headset abstürzt, weil ich habe noch so ungefähr 2 Minuten Speicher hier. Dann kratzt mein Headset ab. So, folgen wir mal Schwetschke 90. Ist auf jeden Fall ein sehr erfahrener Spieler. So. Pöpfle. Gut, wir liegen schon mal in Führung, ist immer gut. Oh, fuck. Da vorne sind die ganzen Gegner. Sperrfeuer aktivieren, schön auf den Boden legen, nachladen und anvisieren. So. Oh, fuck, nein. Mit der RP blablabla. Ausgeschaltet, Alter. Fuck. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Aha, da liegt der schon auf dem Boden. 2 auf einmal mit dem Headshot ausgeschaltet. Boah. So, unser Team ist gerade am gewinnen. Perfekt. Sehr gut. So, jetzt erstmal hier umschauen. So, ich suche gerade erstmal meinen PSN-Freund hier. Schwetschke, wo bist du? Oh. Ah, das gibt's doch nicht. Dreimal bin ich schon abgekratzt. Kein Kill. Was ist denn los heute? Aber 20 Punkte für einen Affi immer noch eingestrichen. Perfekt. So. Ah, da ist er ja. So. Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. So, was ist denn das hier? Das sieht auf jeden Fall feindlich aus. Das ist so eine Kiste. So, dann rennen wir mal hin schnell. Jumpen wir mal hin. Komm schon, die erste Kill. Komm, komm, komm. Oh. Schon wieder mit der Sniper ausgeschaltet. Guckt euch das mal an hier. Boah. So. Boah, das war gemein. Das war richtig gemein. Ja! Perfekt! Volltreffer! 3.250 Punkte eingestrichen. So. Wir nehmen andere Waffen jetzt. Wir nehmen jetzt mal die UMP-45, die MP-412, Aufklärung, Schnell, Scene-Bro und Todesstille, Splitter und Blendgranate kommen natürlich mit. Aber das ist alles erst in der nächsten Runde. Nicht jetzt, sondern in der nächsten Runde. Ah, da liegt er! Da liegt er! Ja, ausgeschaltet. So. Klasse wählen. Ah, nehmen wir mal die Striker und die Scorpion. Splitter, Erschaltungsgranate, Fingerfertigkeit pro. Hat er da unten natürlich noch den Stalker. Oh! Da ist er! 200 Punkte Spielverderber. Ich bin gern der Spielverderber. So, jetzt sind wir auf der Brücke hier. Das müssen wir mal aufpassen. Da haben wir schon den ersten Gegner. Schön Sperrfeuer drauf machen. Auf den Boden legen. Ah! Hat nichts mehr gebracht. So, jetzt haben wir mal das Striker ausgestattet. Und Scorpion ist auch dabei. Fingerfertigkeit, Bro. So. Da müssen wir was reißen hier. So. Jetzt gucken wir mal auf die Scoreliste. So, der Schwetschke 90. Der hat schon 11 Abschlachtungen. Hat zwei Assis hinbekommen. Und natürlich, er ist sechsmal gestorben. Ich bin... Warte mal. Mal verstehen. Ich habe drei Leute gekillt. Einen Assi erzielt. Und bin siebenmal ins Jenseits gewandert. So. Jetzt gehen wir hier durch die Höhle hier. Durch die Malaria-Höhle hier. Uah! Da ist einer! Da ist einer! Oh! So. Jetzt nehmen wir mal die Skorpion hier. Kleine Waffe.